Hi miteinander! Heute schauen wir uns mal ein paar Einstellungen an, die wir in Home Assistant nach der Installation vornehmen sollten. Und mehr dazu zeige ich euch gleich nach dem Intro. So, jetzt lasst euch bitte nicht irritieren, dass hier bei mir schon in der linken Seite schon so viel steht. Aber als allererstes müssen wir im Endeffekt mal hier links unten auf unseren Namen drücken. Wenn wir hier drauf sind, können wir jetzt hier grundsätzlich einen Haufen Einstellungen einstellen. Und zwar die Sprache, falls ihr euch hier falsch habt, Zahlenformat, Zeitformat, erster Tag der Woche, Thema, also ob es jetzt hell, dunkel ist, könnte man dann hier noch die Farben dementsprechend einstellen, wenn man das möchte. Und das Standard-Dashboard für dieses Gerät. Solltet ihr jetzt am Handy die Home Assistant App installieren, dann könnt ihr auch das Menü aufklappen und könnt dann zum Beispiel sagen, dass ihr, falls ihr noch eine neue Seite angelegt habt, eine andere Seite fürs Handy nutzen wollt. So, dann könnte man Elemente in der Seitenleiste verstecken oder die Reihenfolge ändern, wenn man das möchte. Das wären Stick-Seiten hier, wenn ich jetzt hier draufklicke, kann ich die einfach schieben, wie ich möchte. Kalender ist für mich zum Beispiel uninteressant. Der kann man dann mit einem Plus wieder unten hinzufügen. Was noch für mich uninteressant ist, ist die Einkaufsliste. Die will ich nicht mit drin haben. Den Rest brauche ich relativ häufig. Aus dem Grund lasse ich das und sage jetzt fertig. Dann hat man hier eine kleinere Leiste. Verstecke die Seitenleiste immer. Wenn ich das anhake, dann ist meine Seitenleiste weg. Und so kann ich sie mir wieder aufklappen. Genau. Vibrieren. Aktivieren. Oder deaktivieren. Das kommt jetzt drauf an mit dem Handy. Kann man das benutzen. Ist jetzt nicht so wild. Push benachrichtigt mit dem Handy auch. Erweiterter Modus. Hier wird es jetzt interessant. Und zwar mehr erfahren. Wenn ich das jetzt aufmache. Advanced Mode. Dann wird hier im Endeffekt. Ja. Einem. Vor. Also. Ja. Gezeigt, was hier. Alles drin ist. Was immer mit dazugekommen ist. Meiner Meinung nach. Sollte jeder den einschalten. Gerade wenn es jetzt um die Hex. Integration geht oder so. Wenn ihr dann noch etwas extra haben wollt. Ich habe die. Das ist das erste, was ich mache. Ich schalte das Ding hier an. Weil sonst sind auch. Viele Sachen. Immer. Nicht sichtbar. Tasten Kürzel. Kann man anschalten. Ansonsten. Kann man sich. Hier unten. Dann Aktualisierung Tokens holen. Ihr seht hier. Da ist bei mir eine ganze Reihe. Und langlebige Tokens. Das sind im Endeffekt Einmalpasswörter. Die sehr sehr. Lang und groß sind. Die kann man hier generieren. Und. Und diese Aktualisierung Tokens. Die werden. Selbst erstellt. Und das sieht man dann auch immer. Wer hier von wo. Auf was zugreift. Also zum Beispiel Amazon. Hat jetzt. Vor drei Wochen. Ach nee Quatsch. Entschuldigung. Erstellt vor drei Wochen. Und zuletzt verwendet vor 43 Minuten. Genau. Ja. Das wäre jetzt im Endeffekt. So mal das Wichtigste. Zum Anfang hin. Im nächsten Video schauen wir uns dann mal. Addons und Integrationen an. Ich hoffe. Ich konnte euch hier ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr jetzt zu diesen Themen hier. Irgendwelche Fragen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Schaut es am Discord mit vorbei. Und. Ich hoffe es hat euch geholfen. Ja. Dann lasst ein Like da. Abonniert gerne den Channel. Damit ihr keins der Videos mehr verpasst. Und. Dann sehen wir uns. Nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.